Der Supermax. Geschenke schon vor Weihnachten. Weihnachten 2014 mit 94.3, RS2, Söhne L. B., Edwin Icke und der Herr Niemeyer. Und wir sind jetzt bei der nächsten Familie und wollen mal sehen. FIFA 15 ist gewonnen. Wie sieht's aus mit der Playstation 4? FIFA 15 ist gewonnen. Hoffenheim 0 zu 2. Das heißt, der junge Herr dort, der da sitzt, versohlt dem Herrn Niemeyer in diesem Moment ein bisschen den Hintern. Zumindest in der ersten Halbzeit. Weiter geht's. Julian, wie fühlst du dich jetzt? Gut. Gut. Freust du dich ein bisschen? Ja. Jubel, Ausdruck der Freude. Herzlichen Glückwunsch. Ja, du hast es dir verdient. Als Verlierer überreiche ich dir hier die Playstation. Viel Spaß damit. Spielen kannst du es ja schon. Kannst du ja gegen deinen großen Bruder spielen. Oder gegen Papa. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Bitteschön. Der Supermix.